Es gibt Hauptspeise, Reis mit Fleisch und Gemüse. Es ist ein typisches usbäkisches Gericht, aber es bietet Sachen aus der Sowjetunion eigentlich. Es gibt verschiedene Salate, es gibt Kuchen, Pikant, Kuchensüß und natürlich, wie das immer dazugehört, russisches Bier. Nein, es ist gutes Bier, muss ich sagen. Es wird ein schwarzer Tee in eine Topfung geben und dann mit Wasser drauf geben. Dann wartet man ein bisschen und wenn es ganz stark ist, dann wird man den verdünnen mit dem unteren Teil. Ich bin natürlich eine Matryoshka, das ist russische Puppe. Ich bin von St. Petersburg, ich bin Künstlerin und Künstlerinnen von Beruf und arbeite in der Schweiz. Für die Feldkirche habe ich diese Dekoration gemacht von russischen Märchen. Ich finde, die Stadt ist wunderschön, sehr, sehr hübsch und die Idee vom Festival ist ausgezeichnet. Wir haben das schon genossen gestern Abend und ich hoffe, gehen wir heute Abend nochmal. Weil kommen so interessante Musiker hier und die Idee mit Markt ist ausgezeichnet. Ja, das finde ich toll alles.